Ich habe das Foto gemacht, das wäre jetzt schön für Polizei, weil es ist... Und wieder ein nächster Schneeball für uns. Wir werden von rechts und links geschossen. Massive Angriffe von beiden Seiten. Du bist der Rassist! Danke! Achtung, und wieder der nächste Angriff! Na, guck mal rein! Ich bin jetzt von einem engineerin oder was? Ich glaube, noch? Ich bin jetzt von oben zugezogen, oder was? Ja, ich mach das. Ich kann so den Löten zugegeben. Na komm her! Jürgen! Kleiner Demokrat, was soll denn das testen? Wo kommst du her? Du hast mich bald angefasst. Ja, ja. Ich schnauze Müller, Alter. Mein Dach geflüpft, ich muss an, dann schalte ein Auto. Danke für die Info. Die Polizei wird es merken. Gerade wird ein Antifahr mir bestätigt, dass er mein Auto angegriffen hat.